Hallo zu Alex is back und FIFA 18 Journey uns. Wir sind immer noch nur Zweiter hinter Dortmund. Abstand suchen. Pokal, aha. So, Training erstmal. Oh, wieder 1 gegen 1. Klasse. Wieder Duell gegen Chrisman. Los jetzt, los jetzt! Run, run, run! Einsatz, ich will einsetzen! Waaaaaah! Los! Precise passe! Waaaaaah! Knapp verlohn, neue Puzzle. Waaaaaah! 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 Knapp verlohn, neue Puzzle. Los, sie werden alles geben! Los! Sie werden alles geben! Ja, 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 ja. Oh gewonnen. Nehmen wir das mal so mit, hin und mit, ne? So, erstmal trinke ich ein Schlückchen. Oh, gegen den Letzten. Da fehlt ein nettes Spielchen da noch. So. Oh. Aussehen. Noten. Englische Rose. So. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir mit Chris Mann noch mehr Spezial Schmied bekommen. So. Bayern heute in Weiß. Pettersen, Nelda, Alex, Franz. Kemp. Jetzt war Pettersen. Glipparie. Schlechter Pass. Schlechter Pass. Oh. Da hatte ich den Fall zum Schlappen bald fertig gehabt. Oh. Saum. Du. So. So. Niederlechner, Petersen, Höfler, Neuermusier, Jagen, die letzten Spiele war da kaum gefordert, der Torwart, schön gemacht, genau, 4,5, das ist miserabel, schön auf Griezmann gepaart, ja, 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 gut, haut den hier raus, Thiago holt den Ball sich, Martinix, und wir sind total im Abseits, schön auf, Thiago, Ganz, 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 ganz... . Ja, ja, ja. Ah, Mist. Höfler, Petersen, Mangropeda, Koppkatschda, Alba, Tolisso, Robben, Nacht 0-0. Das sind nicht die Bayern, die wir die letzte Zeit dauernd gesehen haben. Ich spiel früher ab. Oh, Gott. Oh, Mann. Schön auf Chris, Mann. Warum machst du das nicht selber Chris, Mann? Oh, oh, ah, ja, ja. Oh, ah, ja. Weißt du zu Freiburg-Reich Terazino Tut mich so reingehaut, Rottriga sein und... Petanzen Auswechsen und Tod Oh Gott Oh Gott Hammers 3 zu 0 für Bayern durch Robben Hmmmm Ffff Oh 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 Hmmmm Hammers Nicht gut Robben Nicht gut Petersen Ob Blut Petersen So Ah 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 Scheiße. Gegen Freiburg spielt. Hunter. Totals den Müll. Und das war aber der Sieg. Aber hart erarbeitet. Nicht schöner Spiel. Hunter mit einem gebrauchten Tag. Nur minimal die Verbindung und kein Ziel erreicht. Naja, gewinne das Spiel gut. So, warten wir mal, dass es hier weiter geht. Das Spiel war wirklich ein Gewürge. Trikot, wieder neue Schuhe. 24 Partien, 25. Jetzt körperlich. Na gut. Und die Bayern sind nun erster Sturmtour fast. Und die Bayern sind nun erster Sturmtour. Nur... Training beginnen. Trepplen mit Prezession. Boah. Boah. Oh Mann. Ne, neuer Versuch. Oh. Das war doch B. Schon auf gut gemacht. Boah. Wie viel runter. So. Fortsetzern. Trepplenpeibesitz. Oh ne. Das ist das da. No! No! Ummm... Mist! Ohne diesen Trick, mit dem der Winter ist das Sowas von schwer geworden hier Ja, gut gemacht, 3 Meter Ja, A und B reicht mir da So, weiter geht's Good work out? Für mich super, Mann Keine Abwehr der Liga kann uns aufhalten Feels a bit easy, doesn't it? Es ist nie leicht genug Stone cold, Hunter Stone cold Mann, ich hab Eis in den Adern Weißt du doch Oh, I love it when a plan comes together So Oh, Gott Speer um die Master shop, die praktisch Jäger in Dortmund Direktes Duell So, jetzt wird's spannend hier Kimmich, auf James, auf Hunter, auf Wisman Da kann doch aber nix draus machen Und Oba Bianc Macht das dann zu nur für die Bewusstsein Oh, Mann, Chris, Mann Was macht du da? Oh, Mann, Chris, Mann Kagawa Ode Reus Kagawa Obamian Kagawa Gehalten von Neuer Hatte deine Position Obamian Kagawa Reus Kimmich Kimmich Robben Kimmich James Hunter Kimmich Hunter Panierte mal Versuchte da Schön gemacht Oh, Gott Schön abgeschüttet Schön zurück Schürzt man Hновus Tschürzt man Binnen Ich bin Ich bin Hummels Willkommen Im Moment Ich bin Schürzt man Ich bin Anabah Oh, neuer muss hier sich lang machen zur Ecke. Thiago verletzt, nächste Ecke des BVBs, wunderbar, oh Gott, der fand ich gut. Guateng, wieder Ecke Dortmund. Anker. Anker. Wow. Halbzeit und Dortmund führt, das ist nicht gut für die Meisterschaft. Freistoß für Bayern. Ames, Thiago. Und, oh. 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 Thomas fährt mit dem zweiten Tor. Für Dortmund. Auswechseln und Tod mal wieder. Rudi für Rodríguez. Auswechseln und Tod. Auswechseln und Tod. Auswechseln und Tod. Krisman. Hunter. Krisman. Hunter. Alaba. Hunter auf Thiago. Rodríguez. Drei Partie. Drei Partie. Rollo. Krisman. grüß man lewandowski für hunter oh mein gott da waren zwei chaos im sammelsspieler von spieler von hunter heute und verloren gegen bayern so was steht da eine niederlage aber schon sagen irgendwann muss es mal aufhören oh je gott naja aber aufhören tut jetzt diese folge bis zum nächsten mal tschüss